Weihnachtsgeschichten von Franz. Der Franz ist acht Jahre und acht Monate alt. Er wohnt mit seiner Mama, seinem Papa und seinem großen Bruder, dem Josef, in der Hasengasse. Seine Freundin, die Gabi, wohnt gleich nebenan in der Wohnung. Sie ist so alt wie der Franz. Einen Freund hat der Franz auch. Der heißt Eberhard Most und geht mit ihm in die Klasse. Er beschützt den Franz. Das hat der Franz manchmal nötig, weil er der kleinste und schwächste Bubbe in der Klasse ist und sich gegen gemeine Kinder nicht gut wehren kann. Die Oma von Franz wohnt im Altersheim. Der Franz besucht sie jede Woche zweimal, obwohl der Weg dorthin sehr weit ist. Und er hätte es viel lieber, wenn die Oma noch in ihrer Wohnung zwei Ecken weiterleben würde. Dann könnte er sie jeden Tag zweimal besuchen. Wenn sich der Franz sehr aufregt, bekommt er eine Piepsstimme. Das ist sehr ärgerlich, denn einen piepsenden Franz nehmen die Leute nicht ernst. Aber gerade wenn sich der Franz sehr aufregt, will er doch ernst genommen werden. Hin und wieder passiert es dem Franz auch, dass ihn jemand für ein Mädchen hält. Weil er blonde Ringellocken hat und einen Herzkirschenmund und feilchenblaue Sternenaugen. Früher hat das den Franz sehr zornig gemacht. Doch dann hat die Gabi einmal zu ihm gesagt, dass man dich für ein Mädchen hält, das passiert dir nur, weil du für einen Buben einfach zu schön bist. Und da hat sich der Franz gedacht, also wenn das so ist, dann kann ich ja froh sein. Dabei ist der Franz überhaupt nicht eitel. Es ist für ihn nur sehr wichtig, dass ihn die Gabi schön findet. Sie hat nämlich auch einmal zum Franz gesagt, wirklich lieben kann ich nur wirklich schöne Menschen. Und der Franz möchte von der Gabi wirklich geliebt werden. Aber er ist sich nie ganz sicher, ob ihn die Gabi wirklich liebt. Oft plagt die Eifersucht den Franz gewaltig. An den Wochenenden überfällt sie ihn besonders arg. Da fährt die Gabi immer mit ihren Eltern aufs Land. Zu ihrer Tante Anneliese. Und bei der gibt es einen Peter. Der ist ein Patenkind von der Tante Anneliese. Von diesem Peter erzählt die Gabi dem Franz die tollsten Sachen. Angeblich kann der Peter über eine zwei Meter hohe Mauer springen und beim Raufen gegen drei große Jungen gewinnen und bis in den Wipfel einer riesigen Tanne klettern. Wunderbar singen kann er auch. Und aus Holz schnitzt er glatt eine Mickey Maus. Beim Skirennen gewinnt er immer den ersten Preis. Und außerdem ist er schrecklich klug und gebildet. Er weiß einfach alles. Wenn der Peter groß ist, sagt die Gabi oft zum Franz, dann bekommt er unter Garantie den Nobelpreis. Aber wenigstens hat die Gabi dem Franz noch nie vorgeschwärmt, dass dieser Peter wirklich schön ist. Das beruhigt den Franz ein bisschen. Zu Weihnachten fährt die Gabi auch immer mit ihren Eltern zur Tante Anneliese und zum Peter. Wenn der Franz wollte, könnte er ja mitkommen. Doch Weihnachten ohne Mama und Papa, Oma und Josef kann sich der Franz nicht gut vorstellen. Und Weihnachten mit diesem Peter kann er sich noch weniger gut vorstellen. Der Franz nimmt es der Gabi sehr übel, dass sie zu Weihnachten nicht daheim bleibt. Jedes Jahr will er sie dazu überreden, nicht wegzufahren. Er sagt, so lass doch deine Eltern allein fahren. Du kannst ja bei uns schlafen und essen. Und ich spiele auch jeden Tag mit dir Friseur und kochen. Friseurspielen und kochenspielen sind die Lieblingsspiele der Gabi. Und für den Franz ist es eine große Überwindung der Gabi, dieses Angebot zu machen. Er spielt weder gern Friseur noch Kochen. Aber die Gabi ist stur und will trotzdem lieber zur Tante Anneliese und zum Peter. Weihnachten auf dem Land gefällt dir viel besser als Weihnachten in der Stadt. Gleich am letzten Schultag vor Weihnachten fahren die Gabi und ihre Eltern los. Und darum beschenken der Franz und die Gabi einander auch schon einen Tag vor dem Heiligen Abend. Sie machen das sehr feierlich. Die Gabi hat einen winzigen Puppenkristbaum aus Plastik. An dem sind noch winzigere elektrische Kerzen. Die Gabi legt ein weißes Tischtuch über ihren Schreibtisch. Darauf stellt sie den Puppenkristbaum und knipst ihn an. Dann singt sie mit dem Franz. Ihr Kinderlein kommet, du kommet doch all. Und dann tauschen der Franz und die Gabi ihre Päckchen aus. Der Franz tut immer so, als ob er sich über die Geschenke von der Gabi sehr freuen würde. Doch da muss er ziemlich mogeln. Die Gabi schenkt dem Franz nämlich immer sehr sonderbare Sachen. Vor vier Jahren hat sie ihm einen Ansteckknopf mit der Aufschrift kaufe nur Pfandflaschen geschenkt. Einen mit einer verbogenen Nadel hintendran. Vor drei Jahren hat sie ihm eine Duschhaube geschenkt. Eine mit Gummizug. Und das Gummi war schon total ausgeleiert. Vor zwei Jahren hat sie ihm vier blecherne Quackfrösche geschenkt. Die waren auf der Bauchseite alle ganz rostig. Und voriges Jahr hat sie ihm einen Nussknacker geschenkt. Aber nicht zu einem hübschen bunten Holzsoldaten, dem man die Nüsse in den Mund schiebt. Nein, einen ganz gewöhnlichen aus Messing mit lockerem Scharnier. Was der Franz dieses Jahr von der Gabi bekommt, weiß er auch schon. In der Schreibtischschublade bei der Gabi hat er einen Zettel entdeckt. Auf den hat er die Gabi geschrieben, was sie wem schenken wird. Hinter Peter war noch ein großes Fragezeichen. Hinter Franz stand drei Schraubenzieher. Der Franz wüsste nicht, was er weniger brauchen könnte als drei Schraubenzieher. Er schraubt nie. Und wenn er es wollte, könnte er sich jede Menge Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten von Papa borgen. Der Franz hat den schweren Verdacht, dass die Gabi gar nie Weihnachtsgeschenke für ihn besorgt, sondern ihm bloß alten Kram schenkt, den keiner mehr braucht. Doch die drei Schraubenzieher findet der Franz nicht so übel. Die hat er schon verplant. Er wird sie an den Josef weiterschenken. Der Josef nagelt, feilt und schraubt gern herum. Was der Franz, der Gabi dieses Jahr schenkt, muss er sich noch gut überlegen. Da gibt es in einem Schaufenster vom Papierwarengeschäft ein rosa Briefpapier mit violettem Zierrand aus Fälchengirlanden. Das bewundert die Gabi jeden Tag. So richtig auffällig tut sie es, ganz so, als ob sie dem Franz einen Hinweis geben wollte. Und das rote Stirnband im Schaufenster der Parfümerie gefällt ihr auch sehr gut. Was will sie sich von ihrem Taschengeld zusammensparen, hat sie gesagt. Das Briefpapier kostet doppelt so viel wie das Stirnband. Der Franz ist sich ganz sicher, dass sich die Gabi viel mehr über das Briefpapier freuen würde, als über das Stirnband. Aber er ist sich nicht ganz sicher, ob man für jemanden, dem man bloß drei Schraubenzieher wert ist, so viel Geld ausgeben soll. Die Mama vom Franz meint, sei nicht zu kleinlich, beim Schenken darf man nicht rechnen. Der Papa vom Franz meint, schenk ihr lieber einen alten Hosenknopf. So ein geiziges Stück verdient nicht mehr. An einem Tag findet der Franz, dass die Mama recht hat. An einem anderen Tag findet der Franz, dass der Papa recht hat. Je nachdem, ob die Gabi gerade lieb oder böse zu ihm ist. Für Weihnachten hat der Franz 100 Wünsche, 99 kleine und einen großen. Die 99 kleinen Wünsche sind von Woche zu Woche verschieden. Die ändern sich jedes Mal, wenn der Franz an den Schaufenstern eines Spielzeugladens vorbeikommt. Den einen großen Wunsch hat der Franz schon lange. Seit dem Frühjahr schon, seit seinem Geburtstag. Ein ferngesteuertes Segelboot wünscht sich der Franz. Eines, das man selber zusammenbauen muss. Doch zu seinem Geburtstag hat die Mama erklärt, lieber Franz, dafür bist du noch zu jung. Das schaffst du nicht. Aber inzwischen sind ja acht Monate vergangen. Der Franz hält sich jetzt für alt genug, um das zu schaffen. Außerdem hat ihm der Josef versprochen zu helfen. Seit Anfang November schon versucht der Franz der Mama beizubringen, dass er alt genug für seinen großen Wunsch ist. Mit dem Papa redet er nicht darüber, denn der kümmert sich nicht um die Geschenke. Der Weihnachtsmann in der Familie von Franz ist die Mama. Aber es ist schwierig, mit der Mama über Geschenke zu verhandeln. Die Mama liebt Überraschungen. Wenn ihr der Franz sagt, was er gerne hätte, sagt sie auf alle Fälle, das kommt doch gar nicht in Frage, schlag dir das aus dem Kopf. Doch unter dem Christbaum liegen dann immer ein paar Sachen, die sich der Franz aus dem Kopf hätte schlagen sollen. Und welche Wünsche die Mama erfüllen wird und welche nicht? Das ist ihr nicht anzumerken. Auch nicht, wenn man sie hundertmal fragt. Sicher ist nur, dass die Mama keine Pistolen, Säbel, Dolche und Gewehre kauft. Sie sagt, Franz, wenn du so einen Schmarrn unbedingt haben willst, dann spar ihn dir vom Taschengeld zusammen. Eines Tages nun, Anfang Dezember, wollte sich der Franz aus dem Schrank im Schlafzimmer eine Krawatte holen, weil er mit der Gabi Doktor und krankes Kind spielte. Und die Gabi bestand darauf, dass der Arzt unbedingt eine Krawatte um den Hals haben müsse. Doch der Schrank im Schlafzimmer war verschlossen. Und der Schlüssel steckte nicht an der Schranktür. Da wusste der Franz, die Mama hat schon Weihnachtsgeschenke gekauft. Die Mama vom Franz versteckt jedes Jahr die Weihnachtsgeschenke im Schlafzimmerschrank. Der Franz lief zur Mama ins Wohnzimmer und sagte ihr, dass er dringend eine Krawatte vom Papa brauche. Die Mama ging mit dem Franz ins Schlafzimmer. Sie holte den Schrankschlüssel aus der Rocktasche, schloss den Schrank auf und nahm drei Krawatten heraus. Zur Auswahl. Ganz flink machte sie das. Aber der Franz sah trotzdem, dass unten im Schrank ein großes Paket lag. In braunes Backpapier war es eingewickelt. Ein Selbstbausegelboot hätte da gut drinnen sein können. Von diesem Tag an musste der Franz zehnmal in der Stunde an das Paket denken. War da nun wirklich das Segelboot drinnen? Oder der neue Skianzug für den Josef? Oder der neue Radioapparat für die Oma? Oder die 24 Wändelexikon, die sich der Papa wünschte? Am Sonntag dann am Nachmittag gingen die Mama und der Papa ins Museum. Bilder anschauen. Und der Josef ging ins Schwimmbad zum Training. Denn Franz interessierten die Bilder nicht, also wollte er nicht ins Museum mitkommen. Mit dem Josef ins Schwimmbad wäre er gern gegangen. Doch der wollte ihn nicht mitnehmen. Du bist mir doch nichts als ein Klotz am Bein, sagte er. So blieb der Franz am Sonntagnachmittag allein zu Hause. Zuerst schaute er ein bisschen fern. Dann beschloss er seiner Oma zu Weihnachten ein Bild zu malen. Lange überlegte er, was auf dem Bild drauf sein sollte. Er dachte, ich werde etwas malen, was die Oma gern hat und was es im Altersheim nicht gibt, damit sie es wenigstens auf dem Bild anschauen kann. Hin und her, überlegte der Franz. Schließlich entschied er sich dafür, den toten Opa zu malen, weil der Opa ganz sicher der Oma am meisten fehlte. Weil sich der Franz an seinen Opa aber nicht mehr sehr gut erinnerte, brauchte er eine Vorlage zum Malen. Er ging ins Schlafzimmer. Dort hing ein gerahmtes Foto vom Opa an der Wand. Der Franz nahm das Foto vom Haken und als er damit aus dem Schlafzimmer gehen wollte, sah er, dass der Schlüssel in der Schranktür steckte. Der Franz drehte den Schlüssel im Schloss und zog die Schranktür auf. Das braune Paket stand noch da. Der Franz legte seine Hand auf das Paket und tastete ein bisschen herum. Da war eindeutig eine harte Schachtel unter dem Backpapier. Aber sowohl Segelboote als auch Skianzüge, Radios und Bücher können in harte Schachteln verpackt sein. Der Franz seufzte, schlug die Schranktür zu und lief mit dem Foto vom Opa aus dem Schlafzimmer. Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und malte den Opa ab. Aber leicht war das wirklich nicht. Bloß den Schnurrbart, die Brille und die abstehenden Ohren vom Opa kriegte der Franz halbwegs ähnlich hin. Und er war auch nicht richtig bei der Sache. Dauernd musste er an den unverschlossenen Schrank denken. Und als dann noch ein Klecks roter Farbe auf die Nase vom Opa tropfte, war dem Franz alle Lust auf einmal vergangen. Er zerknüllte die Zeichnung und warf sie in den Papierkorb. Dann trug er das Foto vom Opa ins Schlafzimmer zurück und hängte es an den Haken. Der Franz wollte wirklich gleich wieder aus dem Schlafzimmer raus. Aber wie ein Magnet zog ihn der Schrank an. Und der Franz wollte den Schrank wirklich nicht mehr öffnen, aber seine Finger kümmerten sich einfach nicht darum. Sie zogen die Schranktür auf. Sie griffen an eine Kante vom braunen Paket und rissen ein kleines Stück vom Backpapier weg. So groß wie eine Walnuss war das Loch im Backpapier. Und unter dem Loch war grasgrüne Pappe. Das Selbstbausegelboot, das sich der Franz so sehr wünschte, war in einem blau-weiß-rot gestreiften Karton. Das wusste der Franz genau. Aber vielleicht hatte ja seine Mama ein anderes Selbstbausegelbootmodell gekauft. Ein kleineres Boot. Oder ein größeres. Oder eins von einer anderen Firma. Zeigefinger und Daumen der rechten Hand vom Franz zuckten zum walnussgroßen Loch. Lasst das bloß bleiben, warnte der Kopf vom Franz die Finger. Doch die scherten sich nicht um die Warnung und rissen einen langen, dünnen Streifen vom Backpapier. Vom Loch bis zur gegenüberliegenden Paketkante. Der Franz sah viel grüne Pappe und darauf in weißer Schrift. Puppenküche. Modell Großmütterchen. Fast hätte der Franz zu weinen angefangen. Doch er schlugte alle Tränen tapfer hinunter. Er drehte das Paket so, dass es mit der aufgerissenen Seite zur Schrankwand schaute. Dann knallte er die Schranktür zu und lief in sein Zimmer. Er warf sich auf sein Bett, starrte die Tapete an und war kreuzunglücklich. Da sollte er also zu Weihnachten eine Puppenküche bekommen? Das war ja der blanke Wahnsinn. Aber der Mama war kein Vorwurf zu machen. Das sah der Franz ein. Er sagte sich, wenn ich dauernd mit der Gabi kochen spiele, muss die Mama ja denken, dass mir eine Puppenküche Freude macht. Wie soll sie wissen, dass ich die Kocherei hasse und nur der Gabi zuliebe in den blöden Pötten rühre? Dann sagte er sich, das ist nun die Straffe dafür, wenn man an verbotene Schränke geht. Und dann sagte er sich, Unsinn, aus der blöden Küche wäre auch kein Segelboot geworden, wenn ich die Finger von ihr gelassen hätte. Und schließlich sagte er sich, gut, dass ich nachgeschaut habe, denn jetzt ist noch Zeit zum Umtauschen. Seitdem versuchte der Franz der Mama beizubringen, dass er die Puppenküche wirklich nicht haben wollte. Er sagte zu ihr, die Gabi nervt mich, Bauern will sie kochen. Er sagte, idiotisch, denn Puppen was zu kochen. Was man ihnen reinschiebt, verschimmelt ohnehin nur im Puppenbauch. Er sagte auch, bin echt froh, kein Mädchen zu sein, sonst wäre ich vielleicht auch so blöd und würde gern kochen. Wenn der Franz so redete, nickte die Mama und nach einer Woche dann war der Franz sicher, sie hat kapiert, sie geht umtauschen. Doch vier Tage vor Weihnachten, am Morgen, als der Franz zum Klo ging und am Schlafzimmer vorbeikam, stand die Schranktür offen und unten im Schrank war noch immer das braune Paket. Irrtum ausgeschlossen. Genau erkannte es der Franz wieder. Der Franz verstand die Welt nicht mehr. Galle bitterböse war er auf seine Mama und als ihn die Mama fragte, was er sich dann am heiligen Abend zum Essen wünsche, da sagte er grantig, Spinat mit Nockerln und Blutwurst, damit alles ordentlich zusammenpasst. Nockerln, Spinat und Blutwurst mag der Franz nämlich überhaupt nicht. Die Mama war sehr verdutzt. Franz, was ist denn? fragte sie. Warum bist du denn so grantig? Aber der Franz konnte der Mama ja nicht sagen, warum er so grantig war. Wer will schon zugeben, dass er heimlich eine streng verbotene Sache gemacht hat? Nicht einmal der Gabi erzählte der Franz davon. Bloß dem Eberhard Most erzählte er es. Denn der versteht den Franz immer und hält alles für richtig, was der Franz tut. Der Eberhard Most war über die Puppenküche fast noch empörter als der Franz. Er sagte, wenn sich deine Mama so wenig aus deinen Wünschen macht, wärst du aber schön blöd, ihr die teure blaue Vase zu schenken. Der Franz sparte schon seit Monaten für diese Vase. Sein ganzes Taschengeld, jeder Fünfer der Oma, das Geld, das er von seinen Tanten bekommen hatte, alles war in seiner Sparsau gelandet. Nichts hatte sich der Franz seit Monaten gegönnt, damit er für die Mama die teure Vase kaufen konnte. Ich an deiner Stelle, sagte der Eberhard, würde mir für das ersparte Geld einfach das Segelboot kaufen. Das wär nur gerecht. Ich mir selber? fragte der Franz. So richtig gut fand er den Vorschlag nicht. Doch der Eberhard Most redete so lange auf den Franz ein, bis er ihn überzeugt hatte. Und er ließ ihm auch keine Zeit, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Gleich nach der Schule marschierte er mit dem Franz zum Spielwarenladen. Und leider hatte der Franz all sein Erspartes in der Hosentasche, weil er auf dem Heimweg von der Schule die Vase für die Mama kaufen wollte. Beim Laden angekommen, riss der Eberhard Most die Ladentür auf, schubste den Franz auf die Verkäuferin zu und rief, mein Freund möchte ein Selbstbausegelboot. Bitte zeigen Sie uns ein preiswertes Modell. Die Verkäuferin holte eine große Schachtel aus einem Regal. Die war rot-weiß-blau gestreift. Sonderangebot, sagte sie, halber Preis. Direkt geschenkt. In der Schachtel war das Segelbootmodell, das sich der Franz wünschte. Umtausch ist aber bei Sonderpreisen nicht möglich, sagte die Verkäuferin. Will mein Freund ja auch nicht, sagte der Eberhard Most. Der Franz legte sein Erspartes Geld auf den Ladentisch. Und der Eberhard Most legte noch einen Zehner dazu, weil das Bord trotz Sonderangebot mehr kostete, als der Franz gespart hatte. Ist mein Weihnachtsgeschenk für dich, sagte der Eberhard Most. Aber ich habe kein Geschenk für dich, sagte der Franz. Du schenkst mir nach den Weihnachtsferien zehn Rechenhausaufgaben, sagte der Eberhard Most. Wenn du sie mir mit der linken Hand schreibst, sehen sie aus, als ob ich sie geschrieben hätte. Der Franz trug sein Selbstbausegelboot heim. Ganz wohl fühlte er sich nicht in seiner Haut. Zuhause schubte Franz das Paket mit dem Segelboot unter sein Bett. Er sagte sich, auch Geschenke, die man sich selber macht, soll man erst am Heiligabend öffnen. Und eigentlich war er heilfroh, das Ding nicht mehr sehen zu müssen. Am nächsten Tag, es war schon der 22. Dezember, saß der Franz in seinem Zimmer und versuchte wieder, den Opa zu malen. Diesmal mit Ölkreiden, weil die keine Farbkleckse machen können. Da klingelte es an der Wohnungstür. Der Franz hörte Getuschel und Schritte und wieder Getuschel und dann hörte er ganz deutlich die Gabimama sagen, ich trage es besser gleich hinunter ins Auto. Und dann knallte die Wohnungstür ins Schloss. Der Franz legte die Ölkreide weg. Er stand auf und lief zum Fenster. Er wollte sehen, was die Gabimama zum Auto brachte. Er öffnete das Fenster und beugte sich hinaus. Lang musste der Franz nicht warten, bis die Gabimama aus dem Haus kam. Und als der Franz sah, was sie zum Auto trug, blieb ihm vor Schreck die Luft weg. Ein großes braunes Paket trug sie. Eins von dem ein langer, dünner Papierstreifen flatterte. Und dort, wo das Papier vom Paket gerissen war, blitzte es grasgrün. Der Franz raste aus seinem Zimmer. Ins Wohnzimmer zur Mama wollte er. Was er dort wollte, war ihm selber nicht ganz klar. Aber immer, wenn der Franz in großer Not ist, will er zur Mama. Bei der Küchentür prallte der Franz mit dem Josef zusammen. He Zwerg, was ist denn? Brennt es irgendwo? fragte der Josef. Der Franz hatte vor Aufregung wieder einmal seine komische Stimme. Er piepste. Weißt du vielleicht, was da die Gabimama gerade von uns weggetragen hat? Weiß ich, sagte der Josef. Ein Weihnachtsgeschenk für die Gabi. Wieso war das bei uns? piepste der Franz. Weil die Gabi ein neugieriges Luder ist, antwortete der Josef. Sie durchsucht daheim alle Schränke. Der Franz setzte sich vor der Küchentür auf den Fußboden, zog die Beine an, legte den Kopf auf die Knie und trommelte sich mit beiden Fäusten auf den Hinterkopf. Die Mama kam und fragte, ob der Franz Trost brauche. Der Papa kam und fragte, ob der Franz Hilfe brauche. Der Franz wollte sich weder trösten noch helfen lassen. Aber verhöhnen wollte er sich auch nicht lassen. Als sich der Josef hinter ihn stellte, ihn in den Po trat und blöd Mann, hör auf, zu ihm sagte, sprang der Franz auf. Er lief in sein Zimmer, zerrte die Segelbootschachtel unter dem Bett hervor, schlüpfte in den Anorak und die Stiefel und raste mit dem Paket aus der Wohnung. Die Mama und der Papa brüllten hinter ihm her, dass er gefälligst sagen möge, wohin er gehe. Der Franz kümmerte sich nicht darum. Er rannte aus dem Haus, die Hasengasse hinunter, bog in die Hauptstraße ein und rannte weiter. Ohne anzuhalten lief er. Seitenstechen bekam er. Ein paar Mal rutschte er auf dem Glatteis aus und fiel hin. Er rappelte sich wieder hoch und rannte weiter, bis er endlich völlig atemlos beim Altersheim der Oma war. Die Oma saß mit einer alten Dame und einem alten Herrn im Fernsehzimmer. Einen uralten schwarz-weißen Liebesfilm schauten sie an. Doch sie knipsten den Fernseher gleich aus, als der keuchende, verschwitzte Franz hereinkam. Es dauerte ziemlich lange, bis die Oma und die alte Dame und der alte Herr aus dem Franzgepiepse schlau wurden. Die alte Dame und der alte Herr wollten dem Franz Geld geben, damit er doch noch die Vase kaufen könne. Aber das ließ die Oma nicht zu. Sie sagte, sein Problem ist nicht, dass er ein Geschenk zu wenig hat, sondern dass er ein Geschenk zu viel hat. Dann nahm sie den Franz an der Hand und ging mit ihm in ihr Zimmer hinauf. Sie sagte, wir lösen dein Problem durch Tausch. Sie holte aus ihrem Schrank eine rote Vase und sagte, ich nehme das Boot, du kriegst dafür die Vase. Rot gefällt deiner Mama sicher ebenso gut wie blau. Der Franz griff nach der Vase und atmete erleichtert auf. Doch mitten im Aufatmen fiel ihm ein, die Oma kann doch mit dem Boot gar nichts anfangen. Das ist ein schlechter Tausch für sie. Aber da sagte die Oma, ich wollte die Vase meiner Nachbarin schenken, doch gerade vorhin hat sie gesagt, dass sie Blumen nicht sehr mag. War also eh keine gute Idee. Und was schenkst du jetzt der Nachbarin? fragte der Franz. Die Oma kramte im Schrank und nahm ein Buch heraus. Das da, sagte sie. Ich wollte es dem Portier schenken, aber der liest sowieso nicht gern. War also eh keine gute Idee. Aber was schenkst du jetzt dem Portier? fragte der Franz. Die Oma kramte wieder im Schrank und zog einen roten Schal heraus. Den hier, sagte sie. Den wollte ich deinem Onkel Erwin schenken, aber dem steht Knallrot sowieso nicht. War also eh keine gute Idee. Und was schenkst du jetzt dem Onkel Erwin? fragte der Franz. Für den habe ich was Feines, rief die Oma und holte ein Schachspiel aus dem Schrank. War für deinen Papa bestimmt, sagte sie. Aber der taugt sowieso nicht für so ein schlaues Spiel. War also eh keine gute Idee. Und geht jetzt mit dem Papa leer aus? fragte der Franz besorgt. Wieso denn? rief die Oma. Der kriegt das Segelboot. Unlängst hat er sich eh bei mir beschwert, dass er als Kind zu wenig Spielzeug gehabt hat. Und dann sagte die Oma noch, dass nun alles mit den Geschenken viel besser als vorher sei. Dass nun jeder das richtige Geschenk bekomme. Und dass das nur dem Franz zu verdanken sei. Ziemlich spät kam der Franz heim. Die Mama und der Papa schimpften ihn mächtig aus. Das sei keine Art wegzugehen, ohne zu sagen wohin. Und dann noch so lange auszubleiben. Der Franz ließ die Schimpferei über sich ergehen. Er sagte bloß, tut mir leid, es war urwichtig. Und dürfte man wissen, was so urwichtig war? fragte der Josef. Die gerechte Verteilung, antwortete der Franz. Mehr zu erklären war er nicht bereit. Am 23. Dezember kamen der Franz und die Gabi schon um 10 Uhr aus der Schule. Vor der Wohnungstür von Franz sagte die Gabi, in fünf Minuten machen wir Bescherung. Komm ja nicht zu spät, wir fahren um 11. Der Franz klingelte pünktlich, fünf Minuten später bei der Gabi. Unter dem Arm hatte er sein Geschenk, das Briefpapier. Die Mama hatte es für den Franz besorgt. Und bis jetzt hatte sie vergessen, von Franz das Geld dafür zu kassieren. Der Franz hoffte, dass die Mama weiter vergesslich bleiben werde. Seit dem Segelbaukauf hat er ja keinen einzigen Groschen mehr. Und Taschengeld war erst wieder im neuen Jahr zu erwarten. Die Gabi öffnete dem Franz die Tür. Sie war total verzweifelt. Der Puppengrißbaum ist kaputt, jammerte sie. Und meine Eltern sind so gemein und wollen ihn nicht reparieren. Was heißt da nicht wollen, rief der Gabi-Papa. Wir sind doch keine Elektriker. Und die Gabi-Mama rief. Außerdem haben wir keine Zeit, wir müssen Koffer packen. Der Franz sagte, geht ja auch ohne brennende Kerzen. Es ist doch keine Festbeleuchtung nötig, Pfander, wenn man drei Schraubenzieher bekommt. Doch die Gabi jammerte weiter und da meinte ihre Mama, so nimm halt echte Kerzen, im Schrank muss noch ein Karton mit Christbaumschmuck sein. Die Gabi holte den Karton aus dem Schrank und war getröstet. Jetzt wird es ja noch viel feierlicher, rief sie. Sie schob den Franz ins Wohnzimmer und drückte ihn auf die Sitzbank. Du wartest, bis ich fertig bin, sagte sie, damit es eine Überraschung wird. Der Franz hockte auf der Sitzbank und wartete. Eine Minute verging, noch eine Minute verging, noch zwei Minuten vergingen und dann wieder zwei. Dem Franz wurde langweilig. Er stand auf, er wanderte im Wohnzimmer auf und ab. Und wie er an der Kommode vorbeikam, sah er dort zwei schmale, lange Päckchen liegen. Gleich schmal, gleich lang. In Silberpapier waren sie gewickelt. Mit rotem Band waren sie verschnürt. Unter dem roten Band steckte auf jedem Paket ein Kärtchen. Auf dem einen stand Franz und auf dem anderen Peter. Der Franz dachte, kriegt der Kerl auch drei Schraubenzieher von ihr? Um festzustellen, ob er richtig gedacht hatte, betastete der Franz das Peterpäckchen. Er spürte in der Mitte etwas Hartes, Rundes und rechts und links davon etwas Schmales, Weiches. Und der Franz hörte auch etwas. Aus dem Päckchen tickte es. Das war ja nun der Gipfel. Der Franz sollte drei Schraubenzieher bekommen und dieser Peter sollte eine Uhr bekommen? Der Franz dachte, jetzt gehe ich sofort mit meinem schönen Briefpapier heim und rede mit der Gabi mein Leben lang kein Wort mehr. Der Franz war schon auf dem Weg in den Flur. Dadurch zuckte ihn ein Geistesblitz. Er machte kehrt und lief zur Kommode zurück. Er zog die zwei Kärtchen unter den Bändern hervor und steckte das Franz-Kärtchen auf das Peter-Paket und das Peter-Kärtchen auf das Franz-Paket. Kaum war er damit fertig, kam die Gabi. Es ist soweit, rief sie, nahm das Paket mit dem Franz-Kärtchen und führte den Franz in ihr Zimmer. Echt feierlich sah es dort aus. Die Rollos waren heruntergezogen. Quer durch das Zimmer war ein Seil gespannt, von dem baumelten viele sprühende Wunderkerzen. Auf dem Schreibtisch lagen eine Menge glitzernder Christbaumkugeln, zwischen denen rote Kerzen flackerten und von der Deckenlampe schwebten Lametta-Fäden herunter. Der Franz war tief beeindruckt. Er sang mit der Gabi ihr Kinderlein kommet. Dann überreichte er der Gabi das Briefpapier und die Gabi überreichte ihm das Franz-Paket. Die Gabi riss sofort das Einwickelpapier von ihrem Geschenk. Sie hüpfte vor Freude auf einem Bein durch das Zimmer und rief dabei, genau dieses Papier habe ich mir gewünscht. Franz, du bist ein Schatz. Dann sagte sie zum Franz, so mach doch dein Geschenk auch auf. Der Franz knüpfte die rote Schleife auf. Hoffentlich gefällt es dir, sagte die Gabi. Der Franz löste den Tesastreifen vom Silberpapier. Es ist etwas sehr Praktisches, sagte die Gabi. Der Franz wickelte das Silberpapier auf. Dabei stellte er sich so hin, dass die Gabi nicht ins geöffnete Päckchen sehen konnte. Oh Gabi, rief er, du bist auch ein Schatz. Die Gabi hüpfte auf einem Bein zur Tür und brüllte zum Wohnzimmer hin. Mama! Erfreut sich, du hast Unrecht gehabt. Dann drehte sie sich zum Franz und sagte, meine Mama hat nämlich behauptet, dass das kein gutes Geschenk für dich ist. Der Franz nahm die Uhr aus dem Silberpapier. Sie hatte ein rotes Armband, ein weißes Ziffernblatt und darauf statt der Ziffern zwölf kleine rote Herzen. Eine ganz prächtige Uhr war das. Der Franz hob die Uhr hoch und rief, genau diese Uhr habe ich mir gewünscht. Die Gabi starrte auf die Uhr. Mit kugelrunden Augen und offenem Mund starrte sie. Der Franz sagte, weil wir so gute Freunde sind, wissen wir eben genau, was dem anderen gefällt. Aber eigentlich, sagte die Gabi, also eigentlich. Dann schwieg sie und schaute drein, als ob sie Zahnweh hätte. Ist was? fragte der Franz. Die Gabi schluckte. Schluckte einmal, schluckte zweimal, schluckte dreimal. Dann sagte sie, nein, nein, gar nichts. Der Franz gab der Gabi einen Kuss auf die rechte Wange und einen auf die linke. Schöne Weihnachten noch, sagte er und lief mit seiner Herzchenuhr nach Hause. Ein schlechtes Gewissen hatte er nicht. Ganz im Gegenteil. Er war überzeugt, bloß eine große, jahrelange Gemeinheit endlich aus der Welt geschafft zu haben. Beim Franz daheim gab es in diesem Jahr Weihnachten so schön wie noch nie. Weil der Franz für den Josef ja nun keine Schraubenzieher hatte, schenkte er ihm seine alte Armbanduhr. Und das Geschenk passte haargenau, denn der Josef hatte seine Uhr im Schwimmbad verloren. Die ganzen Feiertage über war der Josef echt lieb zum Franz. Aus lauter Rührung über das großzügige Geschenk. Und der Papa von Franz konnte sich vor lauter Glück über das Selbstbausegelboot kaum fassen. Alle zehn Minuten bekam die Oma einen Kuss von ihm. Für den Franz war natürlich auch ein Selbstbausegelboot unter dem Christbaum. Und der Franz freute sich wie ein Schneekönig, dass der Papa genug mit dem eigenen Segelboot zu tun hatte und ihm beim Zusammenbauen nicht dauernd reinredete. Der Josef redete dem Franz auch nicht rein, denn der bastelte am Segelboot herum, das die Tanten für den Franz geschickt hatten. Das hatte der Franz dem Josef großzügig überlassen. Und am ersten Weihnachtstag kam der Onkel Erwin zu Besuch und brachte zwei Selbstbausegelboote mit. Eins für den Josef, eins für den Franz. Und weil sich die Mama und die Oma sofort über die zwei Bote hermachten, hätte es am Abend beinahe nichts zu essen gegeben. Der Papa, die Mama, die Oma, der Franz und der Josef hockten um den Tannenbaum herum und alle paar Minuten sagte einer von ihnen, nun sollte aber endlich jemand in die Küche gehen kochen. Aber keiner von ihnen tat es. Jeder werkte an seinem Segelboot weiter. Und so ging schließlich der Onkel Erwin in die Küche und schimpfte dabei vor sich hin. Eine feine Einladung ist das, wo man sich die Weihnachtsgans selber braten muss.